dann auch wieder ein after effects rein ich öffne ein neues projekt nicht speichern genau und würde dann anfangen rechtsklick und daneben datei bei importieren und dann wählen wir die datei aus nicht mit doppelklick nur ein klick und dann einmal von footage also importieren als von footage auf komposition auswählen und auch hier gleich komposition erstellen häkchen setzen dann macht after effects automatisch eine komposition in der auflösung in der auch unsere zeichenfläche war ein illustrator in meinem fall waren das jetzt halt auch 1920 x 1080p und das ist auch das was ich auch animieren will daher durch jetzt hier auf importieren wir haben jetzt zwei sachen einmal eine komposition und einmal ein ordner in dem ordner sehen wir auch schon die ganzen ebenen und ja wenn ich jetzt doppelklick auf die komposition mache sehe ich okay das sind jetzt meine ganzen ebenen die auch after effects erkannt hat als ebenen so als nächsten punkt wenn wir das ganze vorbereiten würde ich auf den punkt vektor eingehen weil wir haben ja den großen vorteil wenn wir jetzt aus photoshop aus illustrator kommen nicht aus photoshop haben wir den großen vorteil dass wir natürlich vektor grafiken haben das heißt wir sind unendlich skalierbar was die objekte angeht aber wenn wir jetzt zum beispiel den wassertropfen nehmen ich drücke jetzt einmal s also das ist dann für die skalierung das ist so ein tastenkürzel wenn man die ebene ausgewählt hat das geht dann auch mit p und r übrigens werde ich öfter mal machen jetzt aber wenn ich jetzt s drücke für die skalierung und einmal den wassertropfen hoch skaliere sieht das ziemlich verpixelt aus und auch wenn ich auf volle auflösung gehe ist der rand verpixelt das liegt daran dass after effects damit noch nicht so umgeht wie mit einer vektor ebene das ganze müssen wir noch aktivieren das ist aber auch alles keine keine wissenschaft dass es hier bei den ebenen falls das bei euch nicht sichtbar ist diese punkte hier diese kleinen ist das ganz links unten so ein punkt wenn man den klickt öffnen sich hier mehr optionen in den ebenen und wenn ihr jetzt hier wo das sternchen ist einmal überall einen diese leere fläche anklickt dann wird die vektor ebene aktiviert somit haben wir jetzt illustrator datei reingeladen die auch als vektor datei gesehen wird damit haben wir die möglichkeit beim animieren nicht darauf zu achten das ist irgendwie dass wir nicht zu weit ranzoomen oder was weiß ich wir können tun und lassen was wir wollen im sinne von so nah ran gehen wie wir möchten genau so das wäre das erste das andere wäre das parenting beziehungsweise das verlinken von ebenen das ist so eine sache anfangs denkt man da nicht dran aber das erspart einem auf jeden fall sehr viel zeit wenn man das macht bevor man anfängt zu animieren und zwar ist das prinzip des parentings kennt man vielleicht auch noch aus anderen programmen 3d programme haben sowas manchmal auch da sagt man zum beispiel diese ebene verhält sich als eine alte child objekt zu der 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 parent ebene also im sinne von sie kopiert die eigenschaften beziehungsweise die transformiert die transformation der ebene der wir das zuweisen das funktioniert in after effects recht einfach wir haben hier so ein kringel symbol neben den ebenen wieder mal wenn wir dieses greifen kommt so eine ja so ein so ein so eine linie und wenn wir die jetzt auf das glas packen wird es geparentet ich zeige jetzt mal kurz was passieren würde wenn ich jetzt bevor ich das mache also ich habe jetzt das glas ausgewählt also unsere hintere ebene gehe mit p in die position verändere hier die transformation und das bewegt sich halt nur die hintergrund ebene aber nicht die anderen ebenen und die sollen ja mit bewegt werden sonst müssen wir wenn wir alles bewegen wollen würden ohne dass wir das parenting machen jede ebene einzeln animieren und das zu garantieren dass das alles dann passt und nicht sich irgendwie verschiebt kann ein ziemlicher krampf werden und dafür gibt es eben dieses parenting dafür wie gesagt auf den kringel auf die ebene gehen und wenn wir jetzt die position ändern dann wird die overlay ebene mitgenommen und das ganze mache ich jetzt auch noch mal mit dem wasser so das heißt wenn ich jetzt diese ebene glas bewege dann wird auch alles andere was ich jetzt zugewiesen habe bewegt man sieht es auch hier daran dass neben diesem kringel auch die vierte ebene ausgewählt ist genau was man dabei wissen sollte ist alle transformationen die wir auf unserer parent ebene machen wird auf die anderen ebenen übernommen also hier zum beispiel die skalierung aber alles was wir auf den child ebene machen also zum beispiel wenn ich jetzt das wasser nehmen und skaliere wird nicht auf die anderen ebenen übernommen das heißt es ist trotzdem frei damit zu arbeiten das heißt sie sind nicht alle hundertprozentig voneinander abhängig eben nur von der hauptebene die wir zugewiesen haben genau was für spätere projekte vielleicht auch interessant sein wird dieses child parent prinzip das können wir auf viele parameter anwenden es kann aber zu problemen manchmal führen hier zum beispiel zeige ich jetzt mal folgendes ich nehme jetzt mal das wasser klappier die transformationen auf und wie man sieht sind überall diese kringel dran und wenn ich jetzt einfach sage okay ich möchte nur die position auf die position des vom glas schalten also verlinken dann ist es so dass wenn ich das glas bewege wird das wasser mit bewegt aber wenn ich skaliere bleibt das wasser gleich groß das ist jetzt erstmal hier sinnlos aber es gibt fälle da ist genau sowas ganz interessant aber da kommen wir wieder zum aber darum auch das vorbereiten immer nicht uninteressant wenn wir jetzt zum beispiel als erstes was manchmal sinnvoll ist als erstes aber den den ankerpunkt zum beispiel verschoben haben weil wir jetzt zum beispiel ein gelenk irgendwie angelegt haben sagen wir mal auch vom wasser und ich greife jetzt diesen ankerpunkt schiebt den runter mit schiff gedrückt bleibt er auch so mittig schiebt ihn jetzt runter und jetzt klappe ich wasser auf und glas und verlinke die position auf die position vom wasser dann springt der ankerpunkt zum ankerpunkt vom glas und ja gibt es auch wege dann das zum gehen würde mir jetzt ein bisschen zu sehr ins detail gehen schlussendlich also was funktioniert ist eben wenn man die datei reinlädt vorher halt schon mal so die wichtigsten sachen verlinken und dann sollte das auch eigentlich alles klappen genau das ist eigentlich auch schon alles was ich bei der vorbereitung machen würde also die vector ebnen aktivieren und die die verlinkung schon mal vorbereiten ich mache das hier noch mal kurz mit dem wasser wie gesagt hier anpacken aufs glas ziehen und dann ist eigentlich auch schon die vorbereitung der datei getan ich speicher jetzt mal kurz weil jetzt würde ich einmal auf einen kleinen theoretischen part eingehen das ganze auf desktop so und darauf komme ich zurück das ganze speichern geht ja eben wie ganz normal hier unter datei speichern speicherort auswählen fertig ist ich denke das prinzip ist bekannt dieses ganze war es bis zum nächsten Mal also Mossinau jetzt ebenso dass das ganze Zeit im Hintergrund was mich so zum nächsten Mal jetzt haben wir dann mal kurz noch nie dass das ganze Mal in der Zeit die in der Zeit dass der Zeit wird was